Alle Tränen sind salzig. Wer das begreift, darf Kinder erziehen. Wer es nicht begreift, darf sie nicht erziehen. Dies ist eines der denkwürdigsten und dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte. Das Schicksal des Janusz Korczak und seiner Kinder, der jüdischen Waisenkinder von Warschau. An meine erwachsenen Leser. Ihr sagt, der Umgang mit Kindern ermüdet uns. Ihr habt recht. Ihr sagt, denn wir müssen in ihre Gedankenwelt hinabsteigen. Hinabsteigen, uns neigen, bücken und kleiner machen. Ihr irrt euch. Nicht das ermüdet uns, sondern dass wir zu ihren Gefühlen hinaufsteigen müssen. Hinaufsteigen, uns auf die Zehenspitzen stellen und behutsam anfassen, um nicht zu verletzen. Die Studenten der Erziehungswissenschaften an der Universität Warschau sind ein wenig verwundert. Janusz Korczak, der berühmte Arzt und Schriftsteller, hat sie an einen sonderbaren Ort bestellt. In den Röntgenraum eines Kinderkrankenhauses. Er führt ein Kind vor den Röntgenschirm und wendet sich dann an seine Zuhörer. Wer Kinder verstehen will, sagt er, muss sich zunächst selbst verstehen. Muss sich erinnern an die eigene Kindheit. Dann gibt er den Studenten eine ungewöhnliche Demonstration. Seht es euch an und haltet es euch immer vor Augen. Immer wenn ihr erschöpft oder erzürnt seid, wenn die Kinder unausstehlich sind und euch aus der Ruhe bringen, wenn ihr schreit, wenn ihr im Zorn strafen wollt, haltet euch dann vor Augen, dass das Herz eines Kindes so aussieht und so reagiert. Von frühester Kindheit an wachsen wir mit dem Gefühl auf, dass das Große mehr Bedeutung hat als das Kleine. Alles spielt sich irgendwie hoch über uns ab. Die Seele des Kindes ist ein Wald, in dem die Baumwipfel sich sanft wiegen, die Äste sich vermischen und die zitternden Blätter sich berühren. Manchmal streift ein Baum seinen Nachbarn oder spürt die Gegenwart von hundert oder tausend Bäumen vom ganzen Wald. Jedes Mal, wenn von uns einer sagt, richtig, falsch, pass auf, mach's nochmal, ist es wie ein Windstoß mit verheerender Wirkung auf das Kind. Ich wende mich jetzt an die Eltern. Eltern, wenn euer Jan nicht schon in den Kinderjahren Goldfische oder Katzen heilt, wenn er nicht Bücher, Hosen oder Kakerlaken zerschneidet, wenn er nicht ein einziges Mal seine Geschwister mit giftigen Pilzen, wilden Bären oder anderen Spezialitäten versorgt, dann drängt ihn nicht zum Medizinstudium. Wenn euer Watzek, seinen Pudel, das Dienstmädchen oder sein Schwesterchen, das etwas angestellt hat, nicht vor Strafe schützt, wenn er es nicht zu Wege bringt, sie zu trösten und aufzumuntern, dann erlaubt ihm nicht, Anwalt zu werden. Umso weniger, wenn er ein Wahrheitsfanatiker ist. Wenn ihr anders handelt, beschwört ihr auf euch und eure Nachkommen nur Unglück herauf. Zur selben Zeit, als Janusz Korczak diese Gedanken niederschreibt, werden in Deutschland Kinder ganz anders erzogen. Wir können eine Generation von Muttersönchen, von verzogenen Kindern nicht brauchen. Was wir benötigen, das sind Knaben und Mädchen, die später einmal starke Männer und topfere Frauen sein können. Ihr sollt nicht mit verkrämten Gesichtern herumgehen, sondern ihr sollt noch lachend in die Welt hineinblicken. Und ihr habt Grund dazu, denn diese Welt, eure Welt, unser Volk, unser Reich, sie sind schöner geworden, als sie je zuvor waren. Diese Erziehung hat nur ein Ziel, jeden eigenen Gedanken und jedes Gefühl auszumerzen. Und sie bringt Männer hervor, die Warschau überfallen, das Judenviertel hermetisch abriegeln und Kinder verhaften, verurteilen und erschießen lassen, weil sie ein paar Rüben ins Ghetto schmuggeln wollten. Noch kann Janusz Korczak seine Kinder vor dem Terror schützen. Im Waisenhaus herrschen Ruhe- und Frieden, berichten Besucher. Und die Verpflegung sei für Ghetto-Verhältnisse geradezu luxuriös. Noch immer tagen das Kameradschaftsgericht und das Kinderparlament. Und noch immer wettet Korczak mit seinen Kindern, wer es schafft, nur noch einmal im Monat zu fluchen, zu lügen oder zu raufen. Oder nur einmal in der Woche. Oder wenigstens einmal am Tag. Doch Janusz Korczak weiss, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, dass er seine Kinder ablenken, beruhigen und belügen muss. Während das Schiff untergeht, ordnet der Kapitän an, dass das Orchester Jazz spielt, weil er die Passagiere bei Laune halten möchte. Ich habe mich entschlossen, diesem Kapitän nachzueifern. Ich möchte gern bei Bewusstsein und bei voller Besinnung sterben. Was ich den Kindern zum Abschied sagen werde, weiß ich nicht. Wenn es soweit ist und die Deutschen uns rufen, sollen die Kinder ihre besten Kleider anziehen. Seid ruhig, Kinder, werde ich dann sagen. Und habt keine Angst, wir fahren aufs Land. Wir werden dort lernen und arbeiten. Mitten im Grünen, in der frischen Luft. Die Tage sind so düster, dass ich nicht einmal mehr träumen kann. Ich sah einen Jungen auf dem Gehsteig liegen, vielleicht lebend, vielleicht tot. Es kümmerte keinen. Dann kommt es zu den ersten Deportationen zur planmäßigen Vernichtung der Warschauer Juden. Sie werden gequält und geschlagen und von deutschen Soldaten dabei gefilmt. Wer diese Bilder sieht, sollte daran denken, dass er die Welt für einen Moment mit den Augen der Nazis betrachtet. Am 5. August 1942 wird das jüdische Waisenhaus geräumt. 200 Kinder marschieren in Reihe und Glied zum Bahnhof. Die Steine weinten, als sie die kleine Prozession sahen, schrieb später ein Augenzeuge. Der Bahnhofskommandant hatte ein Buch von Korczak gelesen und bot ihm an, hier zu bleiben. Die Kinder fahren natürlich, meinte er, aber sie können nach Hause gehen. Sie irren sich, erwiderte Korczak. Nicht jeder ist ein Schuft. Und er stieg freiwillig in den Eisenbahnwaggon nach Treblinka. Niemand weiß, ob Korczak noch Zeit fand, sich von seinen Kindern zu verabschieden. Er, der für seine Jugendlichen beim Abschied vom Waisenhaus immer so tröstliche Worte gefunden hatte. Wir nehmen Abschied von euch für eine lange, weite Reise. Diese Reise hat einen Namen. Das Leben. Viele Male haben wir darüber nachgedacht, was wir euch auf den Weg geben sollten. Leider sind Worte arm und schwach. Wir geben euch nichts. Wir geben euch keinen Gott, denn ihr müsst ihn selber suchen. In der eigenen Seele. Wir geben euch kein Vaterland, denn ihr müsst es durch eigene Anstrengung des Herzens und durch Nachdenken finden. Wir geben euch keine Menschenliebe, denn es gibt keine Liebe ohne Vergebung. Und vergeben ist schwer, mühselig, eine Last, die jeder selbst auf sich nehmen muss. Wir geben euch eines. Die Sehnsucht nach einem besseren Leben, das es nicht gibt, aber das es doch einmal geben wird. ein Leben in Gerechtigkeit und Wahrheit. Vielleicht wird diese Sehnsucht euch zu Gott, zum Vaterland, zu Liebe führen. lebt wohl, vergesst es nicht. lebt wohl, aus. 1945, drei Jahre nach Korczaks Tod, befreien die Alliierten die Konzentrationslager. Und sie zwingen die Deutschen, sich das Ausmaß der Vernichtung, das Ausmaß ihrer Verantwortung, vor Augen zu führen. Ich wünsche niemandem etwas Böses. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man das macht. Janusz Korczak Sonnt schmeckst es nicht. Ich wünsche Ihnen Sitka, Gott wurde Verkauf